Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Moin Leute, ich bin Adam Hamdan vom SC Condor und das ist meine Traumelf. Ich fange mal an, hinten im Tor musste ich leider den Patrick Steffens reinstellen. Ich weiß, seit Jahren ist er zwar kein Torwart mehr, aber es nützt nichts. Ich habe leider nur elf Plätze und Petty, du gehst auf jeden Fall rein. Also entschuldige dafür, Torwart. Die Endverteidigung bildet natürlich meine Wenigkeit und ein guter Kumpel, der Bugunovic, der leider aus gesündlichen Gründen jetzt mit Fußball aufhören musste. Alles Gute in diesem Sinne. Bomben in Verteidigung, zweimal Meister geworden mit den wenigsten Gegentoren in der Oberliga Hamburg. Was will man dazu noch mehr sagen? Zahlen sprechen für sich. Über Außen mein bester Kumpel Joey Warmbier. Ich hoffe, der ist jetzt endlich mal abgespeckt und darf die Linie wieder rauf und runter laufen. Links mein alter Kollege aus Lubrüger Zeiten, Flicky. Mit seiner linken Klebe gehört natürlich auch in meine Startelf. Alles andere wäre eine Frechheit, wenn ich dabei wäre. Als Zerstörer vor der Viererkette André Veddern. Ich glaube, zurzeit spielt er bei der TUS Hamburg. Ja, kaputteren Menschen habe ich nicht gesehen. Im Spiel kugelt er seine Schulter aus. Er kugelt sich selber wieder rein. Und ja, total kaputter Typ. Aber so ein Brust of the 6. Deswegen auch seine Nominierung berechtigt. So, gehen wir jetzt in die Offensive. Und zwar über die linke Seite. Isi Polat. Genialer Typ. Menschlich, sowie auch fußballerisch. Spielt noch bei Lubrüger mit seinen zarten, lass mich schätzen, 36. Ich glaube, er ist jünger. Isi, deine Nominierung natürlich auch völlig berechtigt. Da du einfach eine Maschine bist. Die Denker und Lenker in meiner Traumelf sind Riccardo Nunes und Kasim Ayanoglu. Die ich beide aus Lubrüger Zeiten und den einen Riccardo noch aus Dassenhofer Zeiten, mit denen ich zusammenspielen durfte. Riccardo Wahnsinns Freistoßschütze. Sobald es einen Freistoß in oder 30 Meter vom Tor gab, wusste man sofort, das Ding ist drin. Deswegen, so einen kann man immer gebrauchen in der Elf. Kasim, Denker und Lenker. Super Typ. Auch menschlich. Kann man ordentlich mit ihm feiern gehen. Ja. Wohnt zur Zeit in Hannover, aber ich hoffe, dass er bald wieder in Hamburg ist und mich dann mal besuchen kommt. Auf der rechten Seite der Flankengott Toni Port. Ich durfte zwei Jahre mit ihm zusammenspielen. Es waren super Jahre. Und ja. Und vorne natürlich der Knipser schlechthin. Nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in der Oberliga Hamburg. Erik, zweifacher Torschützenkönig in der Oberliga. Schafft auch nicht jeder mal so. Von daher herzlichen Glückwunsch für deine Nominierung. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Musik